Dieser Tipp ist sinnvoll für alle Outdoor-Freunde. Hänge deinen Rucksack in wenigen Sekunden auf, um ihn vom feuchten oder dreckigen Waldboden zu schützen. Zuerst knotest du eine Schlaufe, zum Beispiel mit dem Achterknoten. Lege die Schnur um einen beliebigen Baum, forme ein U durch die Schlaufe und fixiere es mit einem Stück Holz. Damit der Rucksack gut hält, spanne die Schnur, indem du es fester ziehst. Knotte anschließend erneut eine Schlaufe. Jetzt kannst du mit einem weiteren Stück Holz deinen Rucksack ganz bequem aufhängen. Diese Technik lässt sich auch wieder schnell und einfach lösen und ist perfekt zum Wandern, Trekking oder Bushcraften. Weitere nützliche Outdoor-Tipps findest du auf unserem Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen!